Herzlich Willkommen zu meinem kleinen Vortrag zur Lage der Fiktion. Ein Überblick über die deutschsprachigen Fiction-Podcasts. Ganz kurz zu mir. Ich bin Philipp Müllender, studiere in Köln Sonderpädagogik und mache zwei Podcasts. Einmal den Affadra-Podcast. Das ist ein Fantasy-Podcast, also ein Fiction-Podcast, also auch der Podcast, wieso ich jetzt hauptsächlich eigentlich gerade hier bin und mich mit diesem Thema so viel beschäftige. Ja, und da geht es dann darum, dass aus der fiktiven Welt von Affadra heraus Podcasts gemacht werden. Also das sind ganz normale Podcast-Gespräche, bei denen man eigentlich nicht merken soll, dass es Fiction ist, zumindest nicht an der Form, sondern höchstens am Inhalt. Ja, und das andere ist Zwei Fremde, ein Gedanke. Da mache ich mit Arnell zusammen so einen kleinen Laber-Podcast und da lernen wir uns gegenseitig kennen. Genau, jetzt so eine kleine Definition für jetzt diesen Vortrag zumindest, was überhaupt ein Fiction-Podcast ist. Das heißt, der Podcast spielt selbst in einem fiktiven Rahmen. Das heißt also Podcasts, die über Fiktion reden, um die geht es hier heute jetzt erstmal nicht, sondern es geht wirklich um Podcasts, die selber halt Fiktion machen. Dann spielt der Podcast halt auch irgendwie eine Rolle und ist also jetzt nicht deckungsgleich mit der Rolle, die er spielt. Während auch wichtig ist, dass der Podcast oder die Podcasterin von der Fiktionalität jeweils wissen. Also das heißt einfach nur Schwurbel-Podcasts, so Esoterik-Kram und so, das ist halt dämlich und das ist kein Fiction. Das ist einfach nur Schwachsinn. Genau, was ich jetzt gleich noch machen möchte, ist einmal ganz grob vorzustellen, so welche Genres gibt es im Fiction-Bereich, die ich da so ein bisschen selber rausgearbeitet habe. Also dann stelle ich halt für die Genres auch so ein paar Beispiele vor, die ich sehr gut finde und ja immer dann nochmal so die Hörerperspektive und die Produktionsperspektive bei solchen Formaten. Und danach stelle ich nochmal so meine Idee vor, wie man eigentlich Fiktion-Podcasts nochmal neu denken könnte, um das nochmal so ein bisschen mehr mit diesem Podcast, mit diesem eigenes Podcast-Genre für Fiktion-Formate zu schaffen. Also die größten Genres, das sind einmal die Hörbücher. Ja, ich glaube ein Hörbuch kennt jeder. Das ist dann hier erstmal auch nichts so großartig anderes. Lie und der Schatz ist ein relativ neuer Podcast. Das ist dann auch wirklich, glaube ich, ein Buch, was ganz normal geschrieben wurde und dann auch sehr professionell eingelesen wurde. Und das Spannende daran ist aber noch, dass zum Schluss der Autor Sven Tetzlaff dann nachher nochmal sich meldet nach dem jeweiligen Kapitel, was vorgelesen wurde und so ein bisschen über seine Recherchen erzählt. Also da gibt es ein paar kolonialistische Hintergründe und so in der Geschichte und da erzählt er dann einfach mal von, wie er auf bestimmte Ideen gekommen ist und wo so der historische Background dann da wirklich ist. Weihnachtshexe Befana ist ein völlig absurder Podcast. Das ist ein Adventspodcast. Also da gibt es dann immer zur Adventszeit jeden Tag ein Türchen quasi, was man dann öffnen kann mit einer kleinen Geschichte. Ich habe nur die aktuelle Staffel gehört. Die ist völlig absurd und geil mit ganz spannenden Geschichten von der Weihnachtshexe Befana, die zusammen mit einer zeitreisenden Katze namens Schrödinger und dem Rattenkönig namens Fleur, der sich nicht ganz sicher ist, welches Geschlecht er denn jetzt haben möchte, dann irgendwie durch Zeit und Raum reist und so. Ja, es ist eine sehr absurde Sache. Die früheren Staffeln sind, glaube ich, ein bisschen kindlicher. Der Autor, ich habe auch mal mit dem, oder der Podcaster, ich habe mal ein bisschen mit dem geschrieben und der meinte, das sei hauptsächlich für seine Kinder gedacht und deswegen sind die Themen halt von Staffel zu Staffel auch immer so ein bisschen an seine Kinder und seine eigenen Interessen angepasst. Also die früheren Sachen sind deutlich kindmäßiger, bei den aktuelleren würde ich mir das vorher anhören, bevor man es Kindern zeigt. Aber ich finde es richtig gut. Dann Podicy. Das sind verschiedene Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren, professionell eingelesen, alles im Science-Fiction- und Fantasy-Bereich. Also jede Folge eine eigene Kurzgeschichte, ist auch einfach ein gutes, stabiles Ding, wenn man sowas dann mag. Und dann noch eine meiner absoluten Favoriten, Geschichten aus dem Nichts. Das ist ein Podcast, wo der Sprecher des Podcasts im Nichts gefangen ist. Also er weiß selber nicht, wo das genau ist. Und dann spricht er, er wird da von so einer ominösen Entität, von der auch keiner weiß, was es ist, die mit so ein paar Soundeffekten immer dargestellt wird, wird er dann befragt und er erzählt dann immer von seiner Geschichte, wie er aus Versehen einmal einen Dämon beschwört hat, indem er mit Ketchup irgendwie aus Versehen ein Ruhensymbol gezeichnet hat. Und dann mit diesem Dämon Abenteuer erlebt. Und ja, also ganz viele absurde Sachen auch. Und da ist einer meiner Highlights zum Beispiel die Bratwürste. Er kriegt nämlich von diesem Dämon zwei Bratwürste. Die grobe Bratwürste und die feine. Während die feine ein Kommunikationsgerät ist, ist die grobe dafür eine Schusswaffe. Man muss halt nur Schussgeräusche machen und dann passt das. Also ja, der dreht relativ frei und das macht total Spaß dazu zu hören. Aus hörenden Perspektive ist es bei Hörbüchern jetzt im Allgemeinen so, dass es eine vertraute Erzählform ist. Also jeder hat mal ein Hörbuch gehört, nehme ich mal sehr stark an. Man kann es gut nebenbei hören. Man hat meistens eine stringente Geschichte. Wie gesagt, das variiert. Policies sind seit Kurzgeschichten, aber nie unterschätzt zum Beispiel das eine durchgehende Geschichte. Und jetzt nicht ganz so episodisch erzählt. Man hat eine Stimme, die einen da durchführt. Das ist zum Anschlafen, finde ich immer ganz angenehm. Und es gibt aber meistens keine natürliche Ansprache. Bei Geschichten aus dem Nichts ist es nochmal ein bisschen anders. Da wird der Hörer auch direkt angesprochen. Aber ja, meistens wissen die Figuren halt nicht, dass sie jetzt gerade in einem Podcast sind. So, das ist halt ein anderes Format. Aus Produktionssicht ist es ein bisschen aufwendiger. Man braucht ein Vollskript, was man halt dann einfach ablesen kann. Sollte auch gut vorlesen können. Und ja, relativ häufig sind diese Hörbücher halt Zweitverwertungen. Also Leute, die haben ein Buch geschrieben, kriegen das vielleicht nicht an Verlag oder wollen das auch nicht an Verlag geben und wollen das jetzt auch nicht irgendwie als Self-Publisher veröffentlichen oder so und sagen dann, gut, dann mache ich jetzt daraus dann einfach ein Hörbuch. Hat eine Vor- und Nachteile so, gerade wenn da jetzt mal nicht nochmal irgendwer drüber geguckt hat oder so. Aber ja, ist auf jeden Fall auf eine Zweitverwertung. Und man kann halt mit Hörspielelementen spielen. Das machen jetzt Geschichten aus dem Nichts. Das sind Weihnachtssechse Befana sehr stark. Die könnte man auch unter Hörspiele einordnen. Das ist dann so ein bisschen, ja, da kann man dann auch ein bisschen experimentieren. Ja, das zweite große Genre sind die Hörspiele. Da ist eins meiner Lieblinge Creature Feature. Das ist ein, ja, das von Simon, ne, von zwei Leuten auf jeden Fall, die machen zusammen einen Podcast und die spielen zwei Leute, die zusammen auch einen Podcast machen, die dann durch die Zeit reisen. Und zwar immer zu verschiedenen Orten, wo zufälligerweise gerade irgendwelche Monster und Mythen entstanden sind. Und da begegnen sie auch genau diesen Monstern und, ja, müssen da teilweise dann wieder vorfliehen oder vielleicht auch mal dagegen kämpfen oder so. Und dann sind das immer so, ja, total spannende einzelne Folgen, die in sich auch Sinn ergeben. Gleichzeitig aber auch noch mit einer schönen übergeordneten Geschichte und auch mit einer schönen Höreransprache, weil die beiden Figuren halt auch selber einen Podcast machen. Das passt also ganz gut in meine Hörgewohnheiten rein. Kabelbruch im Serverraum ist so, ja, so eine alte Radiokomedy eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das noch Leute kennen. Ich habe das früher mit meinem Vater öfter mal gehört, so Frühstück bei Stefanie oder so, wo dann einfach mit so gepitchten Stimmen dann verschiedene Leute dargestellt werden. Und genau, das ist im Grunde das hier auch, nur halt dann auf Podcasts geeicht. Das heißt, hier ist auch die Idee, dass die beiden Protagonisten dieser Sendung dann im Serverraum von Spotify sitzen, dann bricht ein Kabel und auf einmal sind sie also bei allen Leuten auf den Ohren. Das ist so die Idee dahinter. Genau, auch da, Aussicht der Hörenden, das ist eine vertraute Erzählform. Also jeder kennt eigentlich auch wieder Hörspiele. Man hat verschiedene Stimmen, was zum Einschlafen dann wieder nicht so gut ist, aber halt einfach, um bei der Stange zu bleiben, finde ich das deutlich angenehmer. Man döst halt den Kopf nicht so weg. Es ist je nachdem, wie man es macht, immasiv, also durch Soundeffekte und so wird man halt so teilweise in diese Welt gezogen. Auch da werden jetzt die Hörenden oft nicht angesprochen. Also ganz oft begleitet man irgendwie Figuren, die halt auch nicht wissen, dass jemand dann akustisch dabei ist. Wie gesagt, bei Creature Feature oder so ist das jetzt anders, aber ganz allgemein ist das halt oft so. Und es gibt so eine schwankende schauspielerische Qualität. Das weiß ich auch aus erster Hand, weil ich ja bei Creature Feature auch mal was angesprochen und wer mich im Hörspiel was spielen lässt, ja, also ja, das schwankt halt. Bei Creature Feature funktioniert das trotzdem sehr gut, weil die so ihre Hauptsprecher haben, die dann das sehr gut durchführen und dann stört so jemand, der da so ein bisschen Reino schült wie ich, nicht so. Aber bei manchen sind halt die ganzen Produktionen so und dann klingen halt alle so und dann ist es ein bisschen schwierig, wenn dann zu übertrieben gespielt wird oder so. Ja, aus Produktionssicht hat man sehr viele Gestaltungsebenen, auf denen man arbeiten kann, also Stimme, Musik, Soundeffekte und so ganz viel, worum man mit mir herumspielen kann. Man braucht auch ein Skript, nicht unbedingt ein Vollskript, gibt auch viele Sachen, die mit Impro arbeiten, aber zumindest eine grobe Handlung braucht man auf jeden Fall vorher. Ja, und es ist einfach mega aufwendig, also entweder braucht man ein sehr großes Team oder sehr viel Zeit und hat dafür aber großen Gestaltungsspielraum. Mir fällt gerade auf, ich habe Stirnlichter vergessen bei der Vorstellung von Frank Rave. Auch ein völlig absurder Podcast, der macht immer kleine Comedy-Kurzgeschichten quasi, wo er selber alle Rollen spricht, wenn ich das richtig höre und das dann auch mit Pitchen und so so ein bisschen verändert dann. Und da ist auch wirklich absurder, geiler Scheiß dabei mit irgendwie einem Podcast aus Sicht von Pflanzen, die dann darüber diskutieren, welches denn jetzt die arroganteste Pflanze ist und kommen dann auf das Ergebnis, dass es auf jeden Fall die Gräser sein müssen, weil die stehen ja im Fußballstadion und lassen sich von den Menschen oder den Wurzellosen dann bejubeln. Und das ist ja wirklich der Gipfel der Arroganz, also in dem Stil. Bei ihm weiß ich auch überhaupt nicht, wie er das macht. Also wenn er das wirklich alles alleine macht, ist das ziemlich krass, weil er einfach sehr viele Sachen raushaut, während Kabelbuch im Serverraum sehr kurz ist und Creature Feature halt hauptsächlich zu zweit gemacht wird, die aber auch so noch ein paar Unterstützer haben und auch jetzt nicht jede Woche dann eine neue Folge rausbringen, sondern immer so Staffeln raushauen und dann zwischen den Staffeln auch nochmal so schöne Sachen machen wie Betreutes hören, wo sie dann also zusammen mit den Hörenden nochmal so eine Folge hören und zwischendurch dann selber kommentieren und sagen, wie die Sachen gedacht sind, wie kam jetzt die Musik zustande und so. Aber das muss man halt auch alles irgendwie können und da die Zeit für haben. Ja, und das letzte große Genre ist überhaupt nicht meins, muss ich sagen, aber ist auf jeden Fall massig vertreten. Das sind Rollenspieler, also Rollenspiel-Podcasts. In diesem Fall hat Actual Play, das heißt also keine Podcasts, die über Rollenspiele reden, sondern Podcasts, die Rollenspiele machen. Da gibt es dann zum Beispiel die Hörspieler, die sind glaube ich sogar vom Verlag von Das Schwarze Auge irgendwie unterstützt. Das ist also ein relativ offizieller Podcast. Da haben sie sich dann dazu gemacht, also das fiel nicht so an, aber die waren halt so gut und so bekannt, dass das funktioniert hat. Und Heldenpicknick, das ist von Club Catapult. Ich glaube, die spielen da Dungeons & Dragons. Und ja, Club Catapult ist so ein Ding, da kommst du eigentlich nicht dran vorbei, wenn man sich mit Fiction-Podcasts beschäftigt. Das ist so ein kleines Label, die ganz viele verschiedene Sachen, Hörspiele, Rollenspiele und so weiter, produzieren. Hörbücher auch, haben jetzt glaube ich sogar auch ein Buch rausgebracht. Und ja, also die machen da ganz, ganz viel in die Richtung. Genau, sind da sehr umtriebig unterwegs. Aussicht der, also ich habe hier noch ein paar andere aufgeführt, so einfach um zu zeigen, da gibt es eine Menge. Da werde ich mich jetzt aber nicht im Einzelnen nochmal irgendwie zu äußern, weil ich wie gesagt auch nicht so ganz gerne diese Sachen höre einfach. Aussicht der Hörenden, muss man sagen, dass das für Rollenspiel-Fans ein vertrautes Setting ist. Für alle anderen nicht. Also wenn man das nicht gewohnt ist, Rollenspiele zu spielen und so, dann ist das einfach eine sehr seltsame Erzählform, weil dann der Game Master, den man so ein bisschen auch als der Haupterzähler beschreiben könnte, der spricht halt alle Figuren, die nicht von den Spielern gespielt werden. Der sagt auch, was passiert, während die Figuren halt sich selber sprechen, oder die Spieler sprechen ihre eigenen Figuren, aber sagen auch noch an, was ihre Figuren machen. Und zwischendurch wird auch noch gewürfelt. Also es ist jetzt ja einfach nicht darauf ausgelegt, eigentlich für Hörer gemacht zu werden. Also ja, es ist halt einfach für die Spieler gedacht eigentlich. Und deswegen ist es ein sehr ungewohntes Erzählformat zum Hören. Ja, aus Sicht der Produktion kann man da aber dafür sehr simpel anfangen. Wenn man sowieso Rollenspiele spielt, dann stellt man einfach mal ein Mikro in die Runde und von da aus kann man halt aufbauen. Also jedem dann irgendwie sein eigenes Mikro geben, noch mit Hörspielelementen arbeiten, also Musik, Soundeffekte, die vielleicht während der Session drin machen, rein machen. Vielleicht ist im Nachhinein, im Nachhinein, in der Postproduktion noch viel Cutten oder so. Außerdem gibt es ganz, ganz viele Rollenspielvarianten, die man unterschiedlich umsetzen kann im Podcast. Also es gibt zum Beispiel Rollenspiele, die arbeiten dann mit so Textnachrichten, die man sich schickt oder mit Sprachnachrichten. Und die könnte man dann halt auch noch mal als Podcast, quasi erst spielen und dann als Podcast irgendwie einlesen. Da hätte man also auch ganz viele Möglichkeiten. Gleichzeitig ist hier wieder das Problem mit der Schauspielerei, weil Rollenspieler gerne, und das weiß ich auch aus meinem Podcast, gerne sehr stark überspitzen, weil das auch im Rollenspiel total Sinn macht, das zu tun. Und das ist dann aber, wenn man jetzt gerade einen längeren Podcast hört, so auch mal ein Stündchen oder so, und dann überspielen alle immer sehr extrem, ist das ja leicht anstrengend zu hören. Deswegen ist das auch da teilweise ein bisschen schwierig. Aber es gibt auch viele Podcasts mit sehr professionellen Schauspielern und Schauspielerinnen, die das dann machen. Und zum Beispiel, also das war hier, die Hörspieler, da sind noch wirklich gute Schauspieler und Schauspielerinnen dabei. Und das hört man dann auch gut raus. Die wissen dann, wie das geht. Jetzt gibt es noch ein paar spezielle Formate, die man auf jeden Fall erwähnen muss, und die man sonst nicht rumkommt. Wieder vom Club Katapult, das Minenspiel, das geht auch so ein bisschen in diese Rollenspielrichtung. Die haben sich vorher gegenseitig Sprachnachrichten für so ein Rollenspiel geschickt und daraus dann im Nachhinein ein Podcast geschnitten. Da das aber jetzt ja nicht mal als Rollenspiel erkennbar ist, habe ich es dann einfach jetzt hier als spezielles Format aufgeführt. Da geht es dann um eine Mine, die eingestürzt ist, und dann sind diese Nachrichten immer von verschiedenen Leuten, die da irgendwie was mit zu tun haben und was besorgen müssen und was organisieren sollen. Oder Leute, die da unten verschüttet sind und so. Und das ist also auch ein ganz spannendes Ding. Plötzlich Piratinnen dürften die meisten, glaube ich, sogar kennen. Das ist der Nachfolger von Puerto Partida. So eine Mischung aus Gameshow, Hörspiel und Rollenspiel, wo dann immer ein Gast, der sich wohl auch meistens aus den Hörenden rekrutiert, dann einfach mal für eine Folge die Hauptfigur spielen darf und dann so ein paar Sachen lösen muss und so ein bisschen was tun muss und dann auf der Piratenakademie quasi landet. Multiversum, da habe ich jetzt leider kein Bild für, ist ein bisschen auch ein professionellerer Podcast. Genau, und da ist die Idee, dass die beiden Protagonisten, also es gibt ja die Theorie der Multiversen, dass es ganz viele verschiedene Universen gibt, aber alle Universen haben eins gemeinsam, diese beiden Leute machen zusammen einen Podcast. und dann schaltet man in jeder Folge in ein neues Universum rein und hört dann diesen Podcast. Ist so ein bisschen wie bei Rick and Morty, wenn man da zwischen den Universen Fernsehen da rumseppt. Und genau, die überlegen sich also immer vorher ein Universum, in dem sie spielen wollen und der Rest ist komplett Impro. Haben sie mir auch dann nochmal kurz bestätigt, weil ich das nicht glauben konnte, dass das so viel einfach über Improvisation läuft und dann gibt es da halt auch so Geschichten, wie dass dann in einer Welt sind sie dann Teppichhändler und machen auch einen Podcast über Teppich, aber in diesem Universum sind Teppiche einfach nicht nur Teppiche, sondern einfach auch richtig wichtig, weil man auch in Kraftwerken diese Teppiche braucht, weil da laufen dann Leute über diese Teppiche und geben über die Elektrostatik dann Strom ab und damit wird der Strom erzeugt. Ach dann, Quantenrost ist auch relativ neu. Das sind Leute, die einfach mal richtig schön über das Grillen reden, aber auf esoterische Art und Weise. Also man muss esoterisch grillen, die machen sich halt einfach auf einer Metaebene über diese ganzen Esoterik-Spinner lustig und genau, spielen aber halt damit selber Esoteriker, die halt sagen, Grillen geht nur, wenn man auch die Elemente beachtet und das Grillgut muss auch ordentlich geerdet sein und solche Sachen. Es ist eigentlich immer dann, also ich bin jedes Mal völlig erstaunt, wie die schaffen eigentlich dann über so einen Schwachsinn einfach dann mal einen nach dem anderen rauszuhauen und es einfach immer weiter geht und man denkt, ich wäre schon seit einer halben Stunde, hätte ich keine Idee mehr, wie man das noch drehen kann und sie hauen immer noch mal einen drauf. Also auch richtig gut. Und dann auch Teenager-Sex-Beichte. Leider keine Folgen mehr seit einer ganzen Weile. Ich glaube auch nicht mehr, dass da noch was kommt. Ich weiß gar nicht, ob die jemals offiziell verkündet haben, dass das vorbei ist, aber dürften auch sehr viele kennen. Das ist von Malik und Johnny, auch der erste Fiction-Podcast, den ich gehört habe, der mich auch so ein bisschen angefixt hat in die Richtung. Und ja, die spielen auch wieder Malik und Johnny, die aber gar keinen Podcast machen, sondern ein Lifestyle-Magazin und sprechen einen dann auch konsequent als die Lesenden an und so. Und genau, haben da verschiedene Rubriken und experimentieren darum. Ist also auch zum Nachhören, auch wenn nichts Neues mehr kommt, einfach sehr lustig und macht Spaß. Genau, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Fiction-Podcasts einmal neu denken. Also alle Probleme, die ich hier jetzt mit Fiction-Podcasts habe, die betreffen viele Fiction-Podcasts, natürlich nicht die, die ich genannt habe, weil die finde ich alle gut. Aber ich wollte hier jetzt auch nur positive Beispiele anbringen und macht jetzt irgendwie keinen Sinn, genau jetzt hier Sachen irgendwie vorzuführen, weil ich die schlecht finde. Weil auch das kann alles, sind ja alles Hobby-Produktionen, das sollen die auch alles genauso machen, wenn die da Spaß dran haben und so, aber es gibt da einige Probleme dran. Kurz vorher, wieso erzähle ich das ja eigentlich alles? Warte ich vielleicht auch am Anfang sagen sollen. Ich möchte mehr Fiction-Podcasts hören und deswegen versuche ich hier ein paar Leute, versuche ich hier so ein bisschen Inspiration zu schaffen, wie man das dann hier alles mal so angehen kann und so und deswegen leite ich das jetzt nämlich her, wie man einfach mal Fiction-Podcasts neu denken kann, dass es nicht so aufwendig auch ist, wie, also man muss einfach kein Beispiel machen, um einen Fiction-Podcast zu machen, der gut ist. Okay, also um das jetzt noch zu denken, will ich einmal so meinen Gedankengang erklären und gehe jetzt einfach mal meine Probleme durch, die ich mit Fiction-Podcasts oft habe. Einmal die Qualität, also wie ich schon erwähnt habe, das Schauspiel ist manchmal ein bisschen anstrengend. Genau, die Technik, da gibt es zum Beispiel Podcasts von so Schauspielschulen oder so, die richtig gut schauspielen wahrscheinlich. Ich höre es noch nicht, weil die Technik für den Arsch ist. Die nehmen da teilweise, glaube ich, einfach wirklich mit ihren Handys auf oder so. Auch jeder Sprecher klingt anders wegen einem völlig anderen Mikro. Wenn es überhaupt Mikros richtige Mikros sind und so, es ist also ein bisschen anstrengend. Dann aus der Macher-Sicht muss man sagen, so ein Skript zu schreiben ist halt einfach schwierig und muss man auch können. Gerade wenn es nachher zum Hören gedacht ist. Also klar kann man natürlich auch einfach ein Hörbuch halt machen, aber wenn man jetzt wirklich mal sagt, ich will jetzt gezielt einen Podcast machen, dann sollte man halt auch so schreiben, dass es nachher zum Vorlesen gut ist und nicht zum Solesen. Das ist einfach eine andere Art zu schreiben und das können viele nicht. Außerdem ist ein Skript, da gibt es halt auch so ein paar Hörbücher, wo man merkt, okay, ich verstehe, wieso kein Verlag das haben wollte und deswegen ist es dann auch ein bisschen schwierig. Das Audiodesign ist dann der nächste Punkt. Es ist teilweise mega anstrengend, sich solche Sachen anzuhören, wenn dann die Sachen nicht vernünftig abgemischt sind, irgendwelche Geräusche dann noch mega laut dann im Hintergrund sind oder so und es ist also teilweise sehr speziell und ständiges Gedudeln im Hintergrund finde ich oft auch sehr anstrengend. Das kennen ja auch viele andere mit, ich glaube Tim Prittler hat das auch mal ganz am Anfang ausprobiert mit so Hintergrundmusik und hat das schnell gelassen, weil es einfach genervt hat. Ja, dann genau, die Hörgewohnheiten sind dann noch so ein Punkt. Ich, ja, man muss einfach, finde ich, einfach mal gucken, was ist man eigentlich gewohnt als Podcaster so zu hören. Zum Beispiel höre ich einfach mal Sachen viel unterwegs, das ist bei vielen Soundeffekten schwierig, weil wenn ich auf der Straße bin und im Podcast passiert gerade ein Autounfall, ist das einfach unangenehm beziehungsweise macht mich auch paranoid. Dann, genau, zum Einschlafen sind die oft schwierig mit irgendwelchen Knallern oder so dazwischen. Die Formate sind einfach oft nicht wirklich klar abgegrenzt, man weiß gar nicht, was die jetzt genau machen wollen und so und, ja, wie schon gewähnt, Zweitverwertungen sind völlig okay, sollen wir machen, aber ich finde halt, man kann auch mal Sachen als Podcast irgendwie neu denken. Genau, und schwer zu finden, da kann man leider jetzt auch nicht so viel dran machen, aber das Problem ist, das habe ich auch jetzt nochmal festgestellt, als ich mich wieder nach Fiction Podcast umgesehen habe, dass diese ganzen Suchmaschinen und diese ganzen Kategorien, die funktionieren halt nach Themen geordnet. Also, es gibt halt Podcasts über Wissenschaft, über Kriminalität oder so und dann gibt es auch Podcasts über Fiction und wenn ich jetzt aber nach einem Fiction Podcast suche, wie ich ihn denke, so ein fiktionaler Podcast halt richtig, dann findet man das da eigentlich wenig beziehungsweise man muss halt zwischen den ganzen Podcasts, die irgendwie über Filme oder andere fiktive Sachen reden, muss man dann da erstmal sich sein Kram raussuchen und das ist also auch dann so relativ schwierig und schwer zu finden. Wie mache ich jetzt aus diesen Problemen, die man da hat, dann mal einen ordentlichen Podcast und da überlege ich, habe ich einfach mal für mich überlegt, was sind eigentlich meine Ansprüche an einen ganz normalen Laber-Podcast oder so Themen-Podcast, den ich sonst so höre und da ist immer der Klassiker, zwei Menschen unterhalten sich, Gott sei Dank nicht mehr zwei Männer unterhalten sich, zumindest nicht mehr nur und das ist halt ein inhaltlich getriebener Gesprächsfluss, wo man mal hier und da abschweift, man kann ein bisschen rumspielen, aber meistens hat man irgendwie ein Thema in einem Interview sowieso, irgendwie ein Erkenntnisgewinn, den man haben möchte, Erkenntnisinteresse so, redet dann natürlich, das heißt, man bereitet sich vor, man hat seine Fragen, aber man hat jetzt kein Vollskript oder so, also man wird jetzt nichts vorlesen. Es ist halt ein Gespräch, richtig miteinander und jetzt keine irgendwie Erzählung und man spricht die Hörenden an, was halt auch immer, finde ich, dann ganz wichtig ist, also es ist einem bewusst, dass man gerade was sendet. Ja, dann gibt es halt auch seltene Soundeffekte und seltene Hintergrundmusik, wie gesagt, da wird man mit experimentiert, ich glaube auch, wie heißen sie hier, methodisch inkorrekt, hatten auch mal ganz kurz ein Soundboard, das haben sie dann ganz schnell wieder abgeschafft, weil die Hörenden da keine Lust drauf hatten und das geht mir auch meistens so, also kann man natürlich machen, aber halt dann vielleicht auch lieber, also weniger ist da oft mehr. Ich höre es oft unterwegs und zum Einschlafen und ich höre es gerne mit erhöhter Geschwindigkeit, was bei Musik und so auch oft dann nicht funktioniert, weil dann geht der Effekt von diesem Musikflöten. und wenn man das jetzt alles verbindet, komme ich für mich zu dem hier großen Ziel, also meine Methode, mein Hammer, mit dem ich jetzt auf jeden Nagel drauf wollen möchte, ist, dass man, wenn man jetzt einen Fiction-Podcast macht, ist mein Go-To jetzt ein improvisiertes Podcast-Gespräch in Rollen, die zur eigenen Person passen. Also ein improvisiertes Podcast-Gespräch, da haben wir hier vom Anspruch, einfach dieses zwei Menschen unterhalten sich, können auch mehr sein, aber man redet einfach miteinander und das jetzt ohne Skript, sondern einfach schön, ja, natürlich aus einer anderen Rolle heraus. Eine Rolle, die zur eigenen Person passt, dann hat man auch kein großes Problem mehr mit Schauspielerei, weil man nicht richtig spielen muss. Also man muss zumindest sich nicht in eine andere Person reinversetzen, sondern man muss höchstens die eigene Person nochmal in eine andere Situation hineinversetzen. Das ist nochmal deutlich leichter und man kann einfach deutlich lockerer dann miteinander reden und muss dann nicht irgendwie so übertrieben da spielen und so und wenn man einfach nicht die Stimme eines 80-jährigen alten Mannes hat, dann spielt man halt keinen 80-jährigen alten Mann. Das kann dann helfen oder, ja, oder es ist halt ein 80-jähriger alter Mann, wo dann nochmal thematisiert wird, wieso der eigentlich so jung klingt. Aber es muss halt irgendwie zur eigenen Person passen. Damit fängt man dann auch die Hörgewohnheiten gut auf, finde ich. Also, Entschuldigung, genau, also was man alles so dann gewohnt ist, natürliches Gespräch und so. Also all diese Sachen hier mit dem Anspruch, das sind dann auch die Hörgewohnheiten, die man dann hat, die gehen dann also da gut nach. Dann kannst du auch gut unterwegs sein, weil man keine Soundeffekte oder so benutzt, wenn dann halt auch nur wenige. Und, ja, das Format ist dann erstmal ein Gesprächsformat und darüber kann man dann noch immer weiterkommen und sich weiterentwickeln. Aber ich finde, das ist ein gut abgrenzbares Format, mit dem man umgehen kann und man macht keine Zweitverwertung mehr. Also, meinetwegen kann man natürlich auch sein Fantasy-Buch und sein Roman da irgendwie verpodcasten. Aber wieso macht man da nicht einfach aus dieser Welt des Fantasy-Hochromans heraus dann einfach nochmal einen Podcast, wo man eine Figur in dieser Welt spielt und dann mit den Leuten aus dieser Welt auch redet. So kann man das also dann einfach so ein bisschen schöner gestalten und einfach mal diese eigene Logik vom Podcast dann damit einbringen. Jo, was fehlt mir noch? Also, von Formaten, die ich einfach gerne hören würde. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, mich mit Podcasts zu beschäftigen, dachte ich wirklich, es würde eigentlich diese ganzen Sachen schon geben. Dann habt ihr dann festgestellt, nee, ist nicht. Und deswegen, ja, betrachtet das mal als Auftrag an euch. Ich möchte bitte diese Sachen im nächsten Jahr alle bitte hören. Das sind so Ideen wie das Hogwarts-Radio, also einfach eine Radiosendung aus dem Gürfender Gemeinschaftsraum, wo man dann miteinander redet und dann mal erzählt, was ist denn jetzt eigentlich alles so auf Hogwarts in letzter Zeit passiert, welche Lehrer sind doof, welche Lehrer sind es nicht. Das kann man dann auch eigentlich gut im Alltag irgendwie einbauen, wenn man, fehlt auch was für Jüngere oder so, die wirklich noch auf der Schule sind oder man bringt seinen Unialltag da rein oder so und kann dann da sich dann auch gut impromäßig dann was überlegen. Das Logbuch der Sternenflotte wäre vielleicht auch was, also von einem Schiff aus der Sternenflotte. Es gibt unglaublich viele Star Trek-Fans, da kann man doch mal irgendwie sich auch mal damit beschäftigen und sagen, hey, dann mache ich jetzt mal einen Fan-Podcast. Genauso bei Mittelerde, Herr der Ringe-Fans gibt es wirklich wie Sand am Meer, es gibt tausend Herr der Ringe-Podcasts, aber es gibt keinen wirklichen Fiction-Podcast über Herr der Ringe, wo man dann zum Beispiel mal so die Lage von Mittelerde quasi machen könnte, also Lage der Nation aus Mittelerde-Sicht zum Beispiel und da mal über die Politik reden. Genauso so ein Kulinarik-Podcast eines Orks, wäre auch mal spannend, was essen die, dann hört man mal einen Ork, wie er dann dabei ist, irgendwas zu kochen oder so und dann kann man auch da, da kann man dann mit Soundeffekten arbeiten oder man kocht wirklich ein bisschen was. Monster-Therapie, die Idee habe ich von Philips Podcast-Pastete, da hatten die mal die Idee geäußert, äußert, dass man einen Vampir therapiert und das so auch als Impro-Fiction-Podcast, wenn ich das richtig verstanden habe und dann immer so die Therapiegespräche halt als Podcast dann rausgehauen werden und das könnte man ja auch einfach mal anders drehen, also nach dem Motto jede Folge kommt ein neues Monster rein oder manche Monster auch öfter mal und so und dann hat man da immer so verschiedene Monster mit ihren psychischen Problemen, die man da mal therapeutisch ansprechen kann. Also finde ich eine supergeile Idee, kann man auch in jeder Zeit ansiedeln, ob das jetzt ein mittelalterliches Ding sein soll, wie ich es gerne mag oder das geht auch sehr gut in der Moderne, finde ich eigentlich total klasse. Avenger-Team-Besprechung wäre so ein Ding, da muss man ja auch nicht die Avengers selber nehmen oder so, sondern kann sich so eine Superhelden-Gruppe selbst ausdenken und dann die, ja, dann halt so die Team-Besprechung, wer hat jetzt irgendwie wen verprügelt und wo gibt es jetzt welche Probleme und welchen Superschurken muss man als nächstes dann irgendwie mal einen Angriff nehmen. Und noch ganz viele andere Sachen, Hofparkönig Arthus, Hades und Zeus, der Philosophie-Podcast, fand ich, finde ich eine richtig gute Idee, muss ich zugeben. Kann man natürlich auch andere Gottheiten oder sonst was nehmen, aber dass man einfach mal fiktive Figuren miteinander reden lässt und vielleicht auch so die verschiedenen Ideen dann da hat. Podcast-News, da könnte man also auch jetzt einfach mal so ein bisschen übertrieben als Gag dann, ja, so ein paar Sachen einfach mal auf Elfdrehen quasi. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast höre, das hatte ich noch letztens, da erzählt jemand von seinem Hund und fragt sich, was sein Hund wohl machen würde, wenn er sterben würde, dann könnte man halt da als so eine Gag nur mal dann erzählen, dass irgendein Podcaster dann da gestorben ist und sein Hund hat sein Gesicht gefressen oder sonst irgendwas. Also da könnte man auch einzelne Leute dann mal so ein bisschen aufs Korn nehmen, muss natürlich da aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber ja, das wären so meine Ideen. Problematisch ist natürlich dann immer so ein bisschen diese Lizenzlogik, wenn man sich jetzt mit Star Trek oder Schlacht hier Mittelerde und so beschäftigt. Da würde ich einfach mal gucken, wie das insgesamt so aussieht mit, also wie die einzelnen Franchises so umgehen mit Fanfiction und so. Und dann kann man sich darin ja orientieren und sonst kann man sich ja auch einfach verschiedene Sachen noch selber überlegen. Also ja einfach, da nimmt man halt nicht wirklich Mittelerde unter der Ringe, sondern ja, macht da eine eigene Form von. So, das kann man dann natürlich dann auch daran anpassen. Oder man macht so bewusst auch vielleicht so eine Satire da drauf oder so. Also da geht einfach sehr viel. Ich habe mir selber auch Sachen ausgedacht und, ja, Entschuldigung, und genau deswegen kann man das auch machen. Genau, also bei meinem eigenen Podcast habe ich das nämlich so gemacht, dass ich wirklich bei der Schöpfungsgeschichte angefangen habe und daraus dann so nach und nach mir eine Welt zusammengebastelt habe, in der jetzt der ganze Podcast spielt und so kann man das ja natürlich auch angehen. Genau, und bei all diesen Sachen kann man aber natürlich immer noch mal mit den Formaten rumspielen. Also so, ne, das Talkwatch Radio, da kann man natürlich dann auch mal eine Musikfolge machen, wenn man da Bock drauf hat und das kann. Oder so, man kann auch da mal eine Reportage oder so basteln. Also da geht ja auch ganz viel. Und dass man einfach so ein bisschen diese ganze Spielfreude auch in die Fiktionalität dann mit reinbringt, weil man einfach bei fiktionalen Sachen viele Sachen vermitteln kann, die einfach bei anderen Sachen für dich nicht gehen. Und da hat man einfach so viele Möglichkeiten und Themen, die noch mal besser und anders verhandelt werden können. Also der Grund, weswegen sich Leute überhaupt Fiction angucken, durchlesen, ansehen und so. Und deswegen finde ich, gehört das eigentlich auch in Podcasts. Jo, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr einmal so Call-in-mäßig hier einmal hier anrufen oder ihr schreibt die Fragen in den Chat. Da würde ich also jetzt einfach mal kurz warten und dann werden die mir, glaube ich, dann gleich durchgegeben, wenn irgendwas kommt. So ist es. Und es gibt auch schon ein bisschen was. Also vielen Dank erstmal dir. Das war ein sehr lebendiger Chat. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja, klar und deutlich. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich fand es super, weil das für mich auch noch mal so eine ganz neue Welt des Podcastings aufgemacht hat. Ich höre eigentlich bisher eher so Gesprächs- und Knowledge-Podcasts und werde auf jeden Fall mal reinhorchen. Hat mich auch an den Jonas, den letzten Detektiv, erinnert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war so ein vom Bayerischen Rundfunk, eine Fiction-Podcast oder Hörspielfolge mit 42 Episoden. Da habe ich schon geguckt und mir angefangen runterzuladen. Wir haben einige Fragen schon im Chat gehabt. Der oder die Hororaison fragt, wenn man jetzt nach Podcasts auf der Suche ist, welche guten Podcast-Search-Engines gibt es? Und gibt es dort Multi-Queering, sprich Suchen mit mehreren Tags für Podcasts? Also wie finde ich gute Podcasts? Ja, das ist sehr schwierig. Ich benutze doch meistens Fit. F, Y und Y und D. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Seite. Dann geht man da einfach mal auf die Kategorien und kann dann da so die Subkategorien dann nochmal durchgehen. Also gibt es auch Fiction als Kategorie, aber da hat man das schon angesprochene Problem, dass es da einfach unter Fiction-Podcasts gibt es einfach tausende verschiedene Sachen, die einfach über Fiction reden, aber selber keine Fiction machen. Was halt auch in der Logik so drin ist, aber diese Logik passt dann natürlich einfach ein bisschen schlechter auf Fiction, fiktionale Formate. Und genau, also das ist wirklich schwierig. Da müsste man sich vielleicht auch einfach untereinander mal ein bisschen mehr vernetzen und sowas übliche, so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich versuche bei mir auch immer verschiedene Podcasts dann vorzustellen, dann mal, oder habe auch die Leute sowieso irgendwann mal als Gast dann da. Das heißt, dann können die sich sowieso nochmal vorstellen, aber so richtig eine gute Maschine, mit der man auch in diesem Bereich gut was finden kann, habe ich nicht gefunden. Ich habe den Link in den Chat gepostet, das ist ja fyyd.de. Da gibt es, glaube ich, ja auch die Möglichkeit, Kurationen anzulegen. Vielleicht wäre das auch eine Idee, zu sagen, man legt mal so eine Kuration guter Fiction-Podcasts an, um Leute da anzufüttern. Ich habe da auch schon mal eine angelegt, aber als ich das gemacht habe, habe ich noch nicht so viel gefunden, dass sich das jemals gelohnt hat, das zu veröffentlichen. Aber jetzt habe ich nochmal so ein bisschen, ja, also jetzt noch mal ein bisschen Futter gefunden und dann kann man das auf jeden Fall nochmal aufgreifen, ja. Dann haben wir eine Frage noch von YMK. Kennst du deutsche Mystery-Podcasts, Hörspiele, nicht Hörbücher oder Quatschen über Mystery? Und als Beispiel hat er noch gebracht Night Vale und Radio Rando. Ja genau, Radio Rando ist ja dann, glaube ich, auch das deutschsprachige, also das ist die deutschsprachige Version quasi von Night Vale. Aber ich denke, er sucht so Hörspiele in der Art oder Mystery-Podcasts in der Art. Genau, ich kann nochmal ganz kurz meine, gucken, ob man was einfällt. Allerdings ist da, also im Hörspielbereich ist das schwierig. Gibt es halt vieles in die Richtung mit Hörbüchern, so die so Creepypasta-Sachen, die dann so erzählt werden, dann auch ein bisschen das ganz cool. Bei Club Catapult sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Die machen ganz verschiedene Sachen, da ist bestimmt auch was in die Richtung dabei. Da gibt es auch eine Geschichte mit einem Typen, der Segeln ist und dann irgendwie verschwindet, das könnte also so in die Richtung gehen. Das ist auch ganz spannend, weil man da immer nur die, ja quasi so die Sprachnachrichten von dieser Person dann hört und man dann hört, wie er auf jeden Fall, also irgendwann dann auf einmal weg ist. Also da könnte man sich mal umgucken. Genau. YMK schreibt noch, dass Randall leider seit vier Jahren defunct ist, darum sucht er jetzt einen neuen Fix im Chat. Ja, dann haben wir noch eine Frage, auch von Hororison, schreibt seit sieben Jahren Rollenspiele, also eher so Schreib- nicht Podcast-Typ, aber wenn geschriebene Rollenspiele irgendwo als Podcast umgesetzt wurden, das wäre interessant, ob es da Namen gibt und ob du Podcasts kennst, die auf geschriebenen Rollenspielen basieren. Da bin ich ein bisschen raus, weil ich, wie ich schon sagte, einfach Rollenspiel-Podcast nicht gerne höre. Da habe ich halt jetzt so für diesen Vortrag mich da mal zu gezwungen, so ein bisschen reinzuhören, aber es ist einfach nicht mein Format, deswegen weiß ich das nicht. Es gibt aber Rollenspiel-Podcasts wirklich wie Sand am Meer und das heißt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Da muss man dann ein bisschen gucken. Ich kann auch sonst nochmal meine Liste durchgehen, das heißt, ich überlege gerade mal, wie man mich erreichen kann. Man könnte mir zum Beispiel über Twitter, Facebook, Instagram oder so bin ich als Erfaldra, also mit meinem Podcast-Namen da gut zu finden, dann kann man mich mal anschreiben und dann kann ich nochmal gucken, ob mir wieder was einfällt, aber jetzt so spontan habe ich da nichts. Bist du in der Podcasting-Community im Sendegate auch? Genau, im Sendegate findet man mich auch. Okay, sehr schön. Ja, da kam noch als Feedback, danke für den Talk, werde einige noch einen Podcast hören, denke ich. Also, du hast auf jeden Fall was ausgelöst. Das waren jetzt alle Fragen, die ich aus dem Chat habe. Per Telefon, glaube ich, hat sich niemand eingewählt, sonst hätten wir den schon bekommen. Okay, aber nicht vergessen, mir geht es hier nicht nur ums Hören, ihr sagt auch, welche machen. Ich möchte selbst mehr hören, also macht mal. Genau, der Call to Action. Kommt noch eine Off-Topic-Frage von ETC, hast du eine LED-Birne in deiner Lavalampe? Nein, ich habe die auch, ehrlich gesagt, eigentlich nie an. Also, ich schätze mal, das Ding funktioniert einfach nicht mehr. Ich habe das jetzt nur angemacht, weil es in der Vorbereitung heißt, bunte Lichter im Hintergrund kommen gut. Das stimmt, exzellent. Sonst ist die irgendwie... Super, dann danke ich dir nochmal. Alt. Viel Spaß noch auf dem RC3 und bis zum nächsten Mal. Ja, und noch ganz kurz, sprecht mich an, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr noch irgendwie verschiedene, ihr selbst was machen wollt oder Ideen habt oder vielleicht auch mal bei mir einfach zu Gast sein sollt. Ich suche immer Gäste für meinen Podcast und ihr findet mich auch gleich als, ich glaube, Philipp1695 ist mein Name in der RC3 Welt und dann findet ihr mich da im Sendezentrum oben an diesen, ich glaube, blauen Tischen sind das. Da werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen rumhängen und vielleicht kommt hier wieder zu und dann können wir noch ein bisschen quatschen. Vielleicht schaust du auch schnell nochmal in den Chat. YMK hat gesagt, ich habe mir die Stelle jetzt dreimal angehört, habe nicht verstanden, welchen Podcast du empfohlen hast. Vielleicht klärt er das noch schnell dort im Chat. Welchen Podcast jetzt? Ja, irgendeinen hast du wohl empfohlen, einen hast du genannt und den hat er aber nicht verstanden. Achso, sonst komm gleich zum Tisch, dann klären wir das nochmal. Perfekt. Okay. Okay. Dann können wir den Stream deaktivieren und viel Spaß im Sendezentrum. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.